Wir können uns ein Taxi nehmen. Taxi? Was selber Taxi? Dein eigenes? Meine eigene ist. Ich meine, gehört es dir. Und? Hab kein Geld. Alles für Sushi ausgegeben. Und? Schon von dir gehört. Du bist neu hier, stimmt's? So gut wie. Wie lange? Eine Woche. Macht's dir Spaß? Ab und zu. Wie weit ist es zu deiner Wohnung? Zehn Minuten. Mit dem Taxi. Vergiss es. Zehn Minuten? Nein, vergiss es. Ich muss arbeiten, hab heute Nacht noch nichts verdient. Und im Wagen mach ich's nicht. Das ist Fahrerregel Nummer eins. Ich mach es nie. Außerhalb des Wagens. Gib mir einen Kuss. Hier? Jetzt gib mir einen Kuss. Der Kuss ist das Schönste. Ich finde den Kuss am schönsten. Willst du dir nicht geschminkt werden? Ist mir immer noch so weit. Ich denke, es hat schon eingestellt. Das ist ein pudd mänt.